Mit diesem letzten Job sind unsere Schulden bezahlt. Dann verlassen wir die Stadt. Wir sind noch nicht am Ziel. Hier ist niemand mehr. Und was jetzt? Ich dachte, ich müsste mich anstrengen. Ja, gefällt mir. Es ist ein Mädchen bei Ihnen. Sie wissen nichts von den Drohnen. Sie fahren in den sicheren Tod. Ohne etwas wie Olympus wird die Menschheit scheitern. Könnt ihr uns helfen? Wir müssen eine Entscheidung treffen. Und wir suchen weiter. Na dann los. Wir haben nur diese eine Chance. Wir bringen es zu Ende.